Giovanni Viola war ein italienischer Fußballspieler auf der Position des Torwarts. Karriere Giovanni Viola begann seine Karriere bei Juventus Turin, für die er bereits in der Jugendabteilung spielte. Sein Debüt als Profi gab er am 10. Februar 1946 im Alter von 19 Jahren beim 2 zu 0 gegen Atalanta Bergamo. Zwischen 1946 und 1949 war Viola an verschiedene kleinere Klubs zuerst in die Serie B und später in die Serie A ausgeliehen. Zur Saison 1949 50. kehrte er zur Juve zurück, um dort die Nachfolge von Lucidio Sentimenti anzutreten. Viola war bis 1957 Stammtorwart der Turiner und gewann mit Juventus drei italienische Meisterschaften. Die Spielzeit 1958 59. verbrachte der Torhüter bei Brescia Calcico in der Serie B, danach beendete er seine Profikarriere. Später arbeitete er lange Jahre als Trainer in der Jugendabteilung von Juventus Turin. Nach vier B-Länderspielen zwischen 1949 und 1950 wurde Giovanni Viola ohne ein A-Länderspiel bestritten zu haben. Von Nationaltrainer Lachos Cisle in den Kader der Azuri für die Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz berufen. Beim Entscheidungsspiel der Gruppe 4, das Italien mit 1 zu 4 gegen den Gastgeber verlor, gab er am 23. Juni 1954 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Bis 1956 absolvierte Viola insgesamt elf Länderspiele für die Squadra Asura. Erfolge Italienische Meisterschaft 1949 50. 1951 52 57 58 50 Still 7 Sekunden 4 Sekunden 15 Jahre am 16 Sekunden Im Okunden Zwischen Hood Um